Unglaub, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen nun, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Hören Sie den Beschuss nicht? Die ganze Luftwaffenführung sofort aufrengen! Das heißt unerhört. Unerhört. Der Risse steckt fünf Kilometer vorm Stadtkampf und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!